So, hallo und herzlich willkommen bei Leisure Bits. Ich bin euer Gastgeber Fiverr und heute werden wir ein tolles Spiel spielen, nämlich Sonic Mania. Und zwar werden wir gleich beginnen. Ja, das soll ich sonst noch sagen. Danke fürs Reinziehen, gleich im Vorhinein. Mal sehen, ob man meine Stimme über das Spiel drüber hört. Es ist jetzt nur der fünftausendste Versuch, dass ich das richtig hinbekomme. Und jetzt geht's auch schon los. Jetzt ist es vielleicht etwas zu leise, ich hab keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und zwar werde ich das Spiel jetzt mal spielen, nämlich mit meinem tollen Xbox-Controller. So, was schön, was schön. So. Mal sehen, ob das Spiel jetzt zu leise ist, denn es hört sich so an. Und normalerweise rede ich nicht so. Diese komische Stimme, die hasse ich eigentlich. Das ist eigentlich meine richtige Stimme. Und vielleicht solltet ihr auch noch auf das Spiel achten, wenn ich spiele. Aber egal. Ich bin nicht bemüdet. Fick du. So. So. Und jetzt geht's. deswegen und jetzt